Europa hat uns Frieden gebracht und Wohlstand. Europa ist für die Zukunft unserer Kinder von unschätzbarer Bedeutung. Und deshalb machen Sie mit, erkundigen Sie sich, informieren Sie sich. Wir haben viele tolle Angebote und ich freue mich darauf, Sie irgendwo in Deutschland wiederzusehen bei einer spannenden Veranstaltung zu Europa und dazu, wie wir dieses Europa in Zukunft gestalten wollen.